Warum viele Frauen häufig das Interesse an Männer verlieren, ist folgendes. Man lernt so ein extrem heißes, nettes Mädel kennen und fixiert sich sofort voll auf sie. Weil man das Gefühl hat, hey, so eine treffe ich nur sehr, sehr selten. Dann lege ich den kompletten Fokus nur auf sie und setze einfach alles daran, sie zu halten. Und genau das ist das Problem. Sobald du den Fokus nur auf sie legst, wird sie relativ schnell feststellen, dass sie mit ihr machen kann, was sie will. Und dieses Verhalten ist halt extremst unattraktiv. Wenn du aber deine Grenzen setzt und dir auch noch eine Auswahl schaffst, dann wirst du das relativ schnell realisieren und dann merken, okay, das scheint wirklich ein attraktiver Typ zu sein. In den sollte ich wohl etwas mehr investieren. Und dann stellt man auch relativ schnell fest, dass es auf einmal ganz, ganz anders läuft und sie dir dann hinterher rennt. Und für mehr Dating-Tipps, folge dem Kanal.